Okay, Senpai. Na, mach doch mal deine Augen auf. Jetzt versuch dich auf keinen Fall zu bewegen. Ja, Senpai. Aber warte doch mal. Hey, warte. Nein, warte doch. Aber warum soll ich denn nur aufhören? Ich bin doch fast fertig. Ruhig. Du hast es doch gleich geschafft. So. Und drin. Die versauten Anspielungen hättest du lassen können. Ach was? Man, Senpai, weinst du jetzt etwa? Nein, ich wein doch nicht. Na gut, dann ist jetzt die andere Seite dran. Okay. Achtung. Und rein damit. Na, wie ist es? Ähm, naja, also es geht eigentlich klar. Ha, aber vor allem sehe ich jetzt noch viel mehr, weil das Gestell nicht im Weg ist. Ha? Na, wie ist es? 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 Na, wie ist es?